Mein Herz klopft fest in meiner Brust, als ich aus dem Bus aussteige und den ersten Fuß auf den Marktplatz von Mornebue setze. Drei Jahre ist es jetzt her, dass ich zuletzt hier war, und es fühlt sich gleichzeitig an wie eine Ewigkeit und als wäre es erst gestern gewesen. Auch wenn meine letzten Erinnerungen an dieses Örtchen keine guten sind, durchflutet mich trotzdem die Erleichterung, endlich wieder in meinem Heimatort zu sein. Ich hebe meinen Koffer auf den Gehweg und danke dem Busfahrer, der mir freundlich zuwinkt, und dann die Tür hinter mir schließt. Jetzt gibt es mindestens eine Stunde lang keinen Weg zurück. Ich atme tief die frische Oktoberluft ein und schließe kurz die Augen, um mich nach der fast fünfstündigen Fahrt von Stockholm zu strecken. Mit jedem Meter, den ich die Hauptstadt und damit auch mein Leben als Studentin hinter mir gelassen habe, ist der Druck von meiner Brust ein bisschen zurückgegangen. Ich kann eine Pause von meinem Innenarchitekturstudium gerade wirklich gut gebrauchen, denn ich hänge ziemlich fest. Eigentlich sollte ich gerade schon fleißig an meiner Abschlussarbeit schreiben, aber bisher fehlt mir die zündende Idee, und was meine Kreativität angeht, fühle ich mich schon seit einer Weile ziemlich ausgebrannt. Die letzten drei Jahre waren lehrreich, anstrengend und einsam, wenn ich ehrlich bin. Denn bis heute konnte ich nie so richtig Anschluss finden und habe immer noch das Gefühl, dort nur Gast zu sein. Zugegebenermaßen liegt das nicht nur an meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen, sondern auch an mir. Lieber bin ich einen Abend mit meinem Zeichenblock allein geblieben, statt auszugehen. Ich bin eher introvertiert, daher ist das nicht ungewöhnlich für mich. Aber so habe ich alle neuen Kontakte auf Distanz gehalten und ihnen auch gar nicht richtig die Möglichkeit gegeben, mich besser kennenzulernen. Mein Kopf war trotz der ganzen neuen Impulse immer wieder bei diesem kleinen Dorf in Dolorna. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich wieder hier bin. Trotzdem hätte ich mir einen schöneren Anlass vorstellen können, um endlich zurück nach Mornebue zu kommen. Und so gut sich dieser Ort auch anfühlt, ich habe Angst, die Menschen zu treffen, die ihn bewohnen. Mein Herz flattert so wild, dass mir das Blut in den Ohren rauscht, und ich lasse die Augen noch einen Moment geschlossen. Bestimmt bin ich gleich bereit, mich der Welt zu stellen. Kaya? Ich zucke zusammen und öffne die Augen. So viel dazu. Natürlich dauert es weniger als 5 Minuten, bis mich jemand entdeckt. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.